und so weiter und so fort die wollte immer mal wieder erfolgs stories haben ich weiß dass viele die wenn ich höre immer wieder auf lesungen kommen ja viele die schon apropos morgen haben wir noch so fünf restkarten in münchen die lesung mein space am stach aus vielleicht haben wir bis dann naja könnt gerne mal gucken vielleicht kriegen wir euch noch unter und da kommen häufig leute die ja wirklich da raus sind oder lange dabei sind und so und dann lässt man das ganze ja auch ein bisschen hinter sich und freut sich einfach dass man fünf die beziehung hat und ja aber jetzt mal wieder eine erfolgsgeschichte und das wie immer bei vielen erfolgsgeschichten ist es so wie man in a auch sagt one step at a time so ein schritt nach dem anderen es ist nicht so dass du zehn horror beziehungen hast und dann ist die nächste ist das land wo mich und honig fließen weil es auch mit einem selbst zu tun hat nicht unbedingt dass man da ich kann immer wieder sagen nur weil man zum beispiel zu nett ist heißt es nicht dass man irgendwas verdient hat aber diese welt drängt halt aus auf ausgleich und wenn man zum beispiel wie ich in meinem leben auch viel immer zu nett war zieht man halt so leute an die gar nicht nett sind und das ist der fortschritt ist dann halt seine anziehungspunkte zu verändern und dann macht man auch neue erfahrungen wie man auch in dieser mail sieht vorab noch hab wir mal ein bisschen geforscht was wollt ihr braucht ihr noch für kurse und da wurde immer gefragt nach einem verlustangskurs den habe ich jetzt gibt es jetzt schon zum frühbucher preis da wird er mitte april rauskommen findet hier zum günstigsten preis den er wahrscheinlich haben wird findet ihr den liebe chip ganz normalen kursen drin und glücksquote ist glücks kurs ist ja jetzt auch raus und nächste woche nächste woche sei schon nächsten monat erste februar kommt der trauer kurs raus sind ja hallo christian ein ganz herzliches dankeschön für deine arbeit ich freue mich immer wieder über jedes neue video kurs etc mach unbedingt weiter so man bekommt als youtube online arbeitender ja nicht so direkt das feedback von den leuten wie im echten leben ja das ist wirklich so darum war es mir wichtig das mal zu schreiben ich bin seit 2017 dabei da hattest du etwa 2000 abonnenten ja die ersten zwei jahre war wirklich ja ging es langsam los und gucke seitdem jedes video jeden podcast sogar so sachen wie die fünfte dimension erst mal so ein podcast liebes rausch podcast gibt es auch nicht mehr dopamin das der mit aline den normalen libysche podcast habe alle kurse gemacht alle bücher gelesen also allein deswegen muss ich deine e mail einfach vorlesen war bei einer lesung dabei bin öfter bei insta live dabei war damals bei twitch bei discord hast mir auch schon mal auf den videos geantwortet wahnsinn okay den glückskurs von mental held fand ich also meine neuen kurse da fand ich auch total super habt ihr auch schon habe ich schon so viele leute weiterempfohlen in meinem freundes im familienfeld bist du sehr bekannt einfach als hemschi ich arbeite auch so im weitesten sinne im bereich psychologie bindung ganz ehrlich bindungsforscher haben gefühlt nicht wirklich plan über die bildungsrealität meinen studenten empfehle ich auch auf deinen kanal damit die mal einen einblick in die wirklichkeit bekommen die finde ich auch immer cool die theorien sind ja ganz schön angestaubt und festgefahren ja vielen dank dafür also ich wenn mir was gutes tun wollt es ist auch immer dass ihr ja meine arbeit weitergebt auch gerne einen kommentar like hinterlasst oder vielleicht so eine kanalmitgliedschaft oder 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 sehr sehr schön vielen dank dafür ich muss sagen ich stragele immer noch mit beziehungen nach all den jahren aber es wird viel besser und ich fühle mich insgesamt viel stabiler darum geht es ja letztlich ich war in einigen ja übergriffigen beziehungen mit emotionaler erpressung bis ja muss man nicht so auf die details eingehen also ja schwierige sachen chronisches fremdgehen gaslighting ich dachte immer ich sei das problem weil ich zu empfindlich oder egozentrisch wäre dazu war ich mal immer mal wieder jahrelang in unerreichbare männer verliebt völlig verrückt ja kennen die glaube ich viele mittlerweile habe ich nicht mehr das gefühl dass ich am schlechtesten bin in beziehungssachen ich sehe dass ganz viele leute in irrsinnigen beziehungen konstrukten stecken und es gar nicht peilen sie wundern sich sogar warum es ihnen nicht gut geht sie krank sind körperliche probleme haben kennst du ja sicher ja wenn man mal einmal diesen bewusstseinsweg geht also dieser liebeschiffig ist definitiv bewusstseinsweg und oder auch mental hält wie ich jetzt neu und wenn man mal ein paar schritte gegangen ist ja sieht man viele andere sieht man die beziehungs realität vieler menschen mit anderen augen und richtigerweise du sagst was ganz wahres sieht man dann es gibt leute die vielleicht eine arbeit nicht gemacht haben die noch viel schlechter dran sind als ich jetzt zumindest und ja man man ja das bewusstsein dehnt sich aus und man hat einen ganz anderen blick darüber und kann auch manchmal sehr leicht die beziehungs realität von anderen menschen einschätzen so und auch sehr bewusst ja viele menschen haben längere beziehungen als ich ja und das sage ich noch mal wieder das ist nicht unbedingt das ziel so ne also gute beziehungen sind das ziel oder gut single sein ist das ziel ob man jetzt lang mit jemandem zusammen sein will oder nicht hängt von vielen sachen ab und da haben auch die menschen unterschiedliche ziele heutzutage das habe ich bislang noch nicht aber ich bin so froh dass ich eine viel klarere sicht auf beziehungen habe dass ich nicht mehr gefangen bin in selbstwertmindernde oder übergriffigen beziehungen diese ganze seelenverwandtschafts romantik scheiße ist so schlimm und da bist du so klar gefühlt als einziger und deine tools aus so schwierigen beziehungen anbahnungen wieder rauszukommen wenn da drin und so weiter sind super ich hatte in diesem jahr meine erste schöne beziehung sie ging ein halbes jahr er hat sich immer über mich gefreut er mich total gut verstanden war emotional und physisch für mich da wir haben ganz ähnliche interessen er hat mich total inspiriert coole sachen zu machen hat mich mega geerdet und stabilisiert und ihm ging es genauso wir haben uns wir haben es auch nie wirklich als beziehung definiert aber es hat auch keine rolle gespielt wirklich nicht wir haben uns auseinander entwickelt weil wir so bettsportmäßig zu verschieden waren die trennung war total harmonisch kein böses blut oder drama wir haben uns einfach unterhalten uns gegenseitig total gut verstehen können und jeder geht weiter ja win ist a win wie man immer so sagt das ist ein riesen fortschritt und ja es ist egal wie lange die beziehung war aber da hast du jetzt mal richtig die eingebrannt eine positive erfahrung ist das ist das ist absolut hammer also wir haben uns einfach unterhalten uns gegenseitig total gut getan jeder geht weiter insgesamt haben diese beziehung nur gut getan und ich bin so positiv für die zukunft ich wusste gar nicht dass es sowas gibt alle probleme die ich in meinem ex beziehung hatte waren komplett undenkbar mit ihm ich war nie zu empfindlich für ihn er ist immer auf mich eingegangen kann lügen blameshifting kritisieren silent treatment er war einfach ehrlich direkt und einfühlsam das mensch ist crazy wichtig wie du sagst also richtige match das habe ich jetzt so erleben dürfen unfassbar ich glaube diese positive beziehungserfahrung hat auch damit zu tun dass ich sehr konsequent in allen lebensbereichen familie arbeit und so weiter diese toxischen verhaltensweisen viel besser erkennen kann nicht mehr dulde das ist wirklich das allerwichtigste dass du das ist der wichtig der wirklich raus ist nicht mehr zu dulden und auch ganz klar anspreche das hat dann auch mal übel gekracht vor allem in der familie aber hat mir viel mehr selbst respekt gegeben es ist jetzt auch in ordnung für mich auch länger single zu sein nach das wird schon glaube ich nicht dass du lang single bist hauptsache ich lebe ein integres leben wo ich mir und anderen nichts vormachen meine werte stimmen ja das ist ja meine ganze arbeit ist ja so werte basiert kann ich mal wieder sagen dass egal ob es jetzt die liebeschrift die mentalheit kurse sind werte basierung ist super wichtig mal schauen was die zukunft zu bringt dankeschön lieber christian mach bitte unbedingt weiter so und aydin mag total dass du dabei bist übrigens deine unbeschwertheit und andere sichtweise rein man merkt einfach dass du einfach viel positive beziehungserfahrung gemacht hast oder einfach keine so schlimm das ist so schön und eine art so herzlich ganz liebe grüße an euch und ja sind wir schon wieder durch mit dem video guckt unbedingt mal an den antiverlustangst und coabhängigkeitskurs rein beziehungsweise sichert euch den zum frühbucher preis ich packe den link hier mal drunter und wir sehen uns bald wieder tschau idem